Mein Job möchte ich niemals mit irgendjemandem tauschen. Das ist definitiv mein Traumjob. Seitdem ich mich für den Leistungssport entschieden habe, war es immer so, einmal zu den Olympischen Spielen kommen. Ich habe Kira gesagt, sie wird in den drei Jahren zu den drei besten Spielern der Welt werden. Sie ist Meyer der Haar, Meyer der Haar. Pflegeleif. Auf was man alles verzichten muss. Wir sind einfach mal fast 250 Tage im Jahr unterwegs. Wir wussten von Anfang an, dass es ein steiniger Weg wird, aber wir haben uns dafür entschieden und dann gehen wir weiter an. Mit dem Knie für Salta oder eben mit dem Knie für Olympia. Mach's Montag. Nein! Doch! Nein! Es ist halt wirklich eine schwere Zeit einfach und die sind immer alle für uns da. Wenn ich mit ihr darüber gesprochen habe, hat sie immer von Gold gesprochen. 出去 mit dem Nächsten. Ja, ganz schön. Let's play beat volleyball! Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, das ist heute fertig. Das ist gut.